Die meisten IT-Anbieter sind große Produktionsbetriebe. Sie übernehmen große, leicht berechenbare Aufträge, zerteilen sie sorgfältig in kleine, überschaubare Stücke und lassen diese durch IT-Generalisten verarbeiten. Verlässt einer der Mitarbeiter das Unternehmen, kann er einfach durch einen anderen ersetzt werden. Mittlerweile verändert sich die Welt immer schneller und schneller. Jeder Tag bringt neue Erwartungen, neue Möglichkeiten und neue Mitbewerber. IT-Projekte müssen schneller werden. Die Probleme, die es zu lösen gilt, sind vielfältig und komplex. Bedarfe ändern sich ständig, immer und immer wieder. Das traditionelle IT-Modell kann nicht Schritt halten. Die heutige IT erfordert eine neue Vorgehensweise. Eine, die nicht nur um Prozesse herumgestaltet wird, sondern um Menschen, die intelligent und begeisterungsfähig sind. Genau hier ist Nagaro zu Hause. Natürlich sind uns Prozesse wichtig, aber noch mehr liegt uns an Flexibilität und Kundennähe. Wir sehen nicht nur den Vertrag, sondern das ganze Bild. Und wir handeln schnell. Unsere Arbeit hat Enterprise Class Stabilität und unsere Agilität hilft unseren Kunden im heutigen IT-Umfeld, erfolgreich zu sein. Sprechen Sie uns an. Wir würden gerne wissen, wie wir Ihnen helfen können. Leit bis zu können. Sprechen Sie uns an. In Stabilität bei einem kleinen Schägen Fonten zu به. Vielen Dank.